Jo Leute, willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Shop Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf den Shop drauf. Denn wir sehen auch schon, der Shop ist in ca. 20 Sekunden da. Und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern gab es hier den neuen The Renegade Mode. Ein sehr, sehr cooler Tanz. Dann mal gucken, was heute reinkommt. Der Shop ist gleich da. 3, 2, 1. Und mal schauen. Oh, ein neuer Skin. Und hier direkt eine neue Hacke. Und ich würde sagen, da fangen wir auch direkt noch mit an. Die Paar-Patrouille ist neu hier im Shop aus dem Bunker-Banditen-Set. Und ja, das Skin geht klar für 800. Günstiger Skin. Ja, nicer, cooler neue Skin. Muss ich sagen. Nichts Besonderes, aber sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Und ich zeige mal dazu direkt die Hacke und zwar die Golf-Axt. Hier zeige ich mal direkt den Ton. Ja, so gesehen halt so eine neue Golf-Schläger-Hacke. Sehr, sehr cool. Ja, coole zwei neue Gegenstände. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und daneben gibt es einmal hier den legendären Verwüstung-Skin zurück. Auch ein cooler Skin. Hier mit den Flügeln und hier den Flugspuren. Kann ich eigentlich auch nur so empfehlen. Und dazu ist einmal noch hier die Hacke eiserner Schnabel. Die auch mega cool ist. Und dann gibt es einmal noch hier den Raben-Skin. Kennt glaube ich jeder. Und passend dazu auch noch hier den gefiederten Flieger. Alles nach 40 Tagen zurück. Und das sind an der Stelle auch schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf den Stütze ein Querer klicken und den Code Detour eingeben. Würde mich extrem freuen. Und wir gehen auch schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Hier gibt es heute was selten ist. Das zeige ich dann gleich. Wir fangen direkt mal hier mit dem doppelten Spiel an. Ein cooler Skin, wo man gar nicht viel zu sagen muss. Ist relativ oft im Shop. War zuletzt im Shop vor 24 Tagen. Der Skin ist okay. Das hier ist das Rückenteil. Muss man nicht viel zu sagen. Sieht okay aus. Darunter geht es einmal hier die beschlagene Hacke. Zurück nach einer Woche. Eine ganz simple Hacke. Nichts besonderes. Und dann gibt es jetzt hier Blumendruck. Und das ist hier eine sehr sehr seltene Lackierung. Die ist heute zurück nach 380 Tagen. Also über ein Jahr her. Ja ich zeige mir hier die ganzen Modelle. Wie wir sehen einfach hier so eine Blumenlackierung. Wie gesagt zurück nach 380 Tagen. Also wirklich ultra selten. Dann gibt es da drunter einmal hier Voll80er. Ich glaube das kennen die meisten auch schon. Und auf jeden Fall ist dieses heute zurück nach einem knappen Monat. Dann gibt es einmal noch hier konzentriert. Eine Mod mit Fortbewegung. Man geht einfach so nach vorne und hängt hier halt am Handy. Und auf jeden Fall ist das auch nochmal zurück nach 18 Tagen. Und an letzter Stelle gibt es hier Kellenkunst. Der zeigt auf jeden Fall was er hier drauf hat. Sieht sehr sehr cool aus. Und ist heute nochmal zurück nach einem Monat. Und dann gibt es natürlich noch die Sonderangebote. Und zwar einmal hier die Manta klingen. Mit dem passenden Black Manta Skin. Ja das war es ja auch schon mit dem Shop von heute.